oh mein gott ich muss gleich die musik hier ausmachen hey komm schon youtube hast du doch nicht mehr alle mein video wurde gesperrt in allen ländern mein stream gestern das heißt alles die zwei stunden die ich gestern streamt sind jetzt weg all countries affected oh mein gott der ist halt wirklich weg da muss werden musik weiter spielen meine zwei stunden stream sind weg und wahrscheinlich habe ich auch noch ein copyright strike ich muss gerade schauen leute kreative classic ich habe kein kopf zurück ich dachte ich kriege jetzt einen copyright strike dafür ok ne war kein strike ok gut das ist schon mal gut ok leute dann wartet mal kurz ich muss mal kurz den streamen das ding ist es gibt da hier funktionen dass du dass er von videos einfach die die ganzen inhalte die nicht lizenziert sind einfach raus schneidet aber das problem ist einfach dass der ganze stream damit dann nicht mehr ja 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 Sorry, Alter, kurz. Sehe ich jetzt... Sehe ich nämlich jetzt erst... Oh, Suppling Right From, okay, dann brauche ich ja gar nicht mehr zu schauen. Okay, dann müssen wir halt ohne FIFA Musik hier spielen. Das ist halt jetzt ärgerlich wegen dem Stream, aber... Pfff... Ja, wir haben schon ein paar Transfers getätigt, ich kann es euch mal kurz zeigen. Also, wir haben... Ich habe... GOMIS dazu geholt und Russ verkauft. Ich habe... Ne, den habe ich statt Russ. Und GOMIS habe ich für... GOMIS habe ich für... Wie ist hier noch mal? Ich habe so keinen Plan, wie der hieß. Auf jeden Fall habe ich ihn geholt und noch jemand, glaube ich. Ja, ich wollte nämlich auch dumm verkaufen, aber... Das hat dann nicht geklappt. Und in der Liga... Habe ich am Anfang auch zwei Spiele verloren gegen Leipzig und gegen... Hoffenheim. Und hier da das 3-0 gegen Hoffenheim. Und dann hier 3-2 gegen Leipzig. Und danach habe ich die nächsten zwei Spiele... Also die nächsten Spiele habe ich dann Personation und... auch so gewonnen. Hier nämlich hier gegen Dortmund habe ich aber 5-2... Gewonnen. Und in der Europa League habe ich bis jetzt auch nur gegen Arsenal gespielt. Ich habe da verloren. Da sieht man es. 2-1. Und... Ähm... Ja. Soweit so gut. Die Union simulieren wir. Das brauchen wir jetzt nicht wirklich zu spielen. Na, guck mal. 4-0 hier. Zack. Easy. Und wieder Europa League. Das spiele ich natürlich. Das müsste jetzt glaube ich gegen... Kimmaraes sein. Ja. Nein, egal. Ich wollte ja noch hier Pressekonferenz. Hallo. Äh. Schnell. Da. Danke für Ihre Patience. Okay, wir beginnen Fragen zu nehmen. Mann, das ist Ärger, habe ich gerade richtig wegen gestern. Mann. Ich hätte es ja schon ausgeholt, aber ich dachte so... Es wäre richtig langweilig ohne Musik. Ist es auch gerade. Aber... Kann ich jetzt nicht ändern. Ähm... Tonys... Aktien wir mal alle. Sondern... Ich hatte... Das kann nicht alle aktivieren. Ja. Okay. Ich meine, ich meine, gegen Gamerat, ich kann mir vielleicht mal ein bisschen... So. Ah, Abram verliert auch schon wieder. Ach, die Schöße. Ähm. Machen wir ein bisschen hier rein, ich hatte das, weil der ist eh langsam. Wir brauchen den Sieg hier. Ich möchte jetzt auch nicht wirklich großartig rotieren. Wir brauchen den Sieg und... ja. Oh Mann, das ist doch kacke ohne Musik, ey. Sonst hätten wir jetzt Spotify benutzen können, hätte ich vielleicht ein paar bisschen... Copyrights, äh, Free, äh, hier... Äh, Musik... Mehr herauszuholen können. Ah nein, Sony denkt sich, nö. Wir wollen damit nichts zu tun haben, wenn jemand einen Conquerade-Stack bekommt. Oh Mann ey, ich brauche unbedingt eine Helgata. Ich brauche unbedingt eine Helgata. Anders geht's nicht. Kostet halt auch wieder Geld. Kann ich mal grad schauen. Und a warm welcome on what is an ideal night for football you've got to say. My name is Derek Ray. And with me is my commentary partner Lee Dixon. And we've got Europa League group stage to come up for you. It's Vittoria Guimaraes facing Eintracht Frankfurt. Well, with zero points from the first game, match day one at home, the pressure is really on the visitors tonight to pick something up from this game. Oh Mann ey. Gibt's aber auch 4K, okay, so ist ein bisschen teurer, aber... Das billigste kostet halt wirklich... 160 Euro. Die gibt's auch ein Gamecatcher-Gamecatcher-Karte, aber die ist nicht von Helgato. 105 Euro. Aber ob die so gut ist? Shu-One. Heißt das. Hm. Und das ist wie die Hörger werden beginnen heute. Fairly conventional 4-5-1 set-up. Ja, das Back 4 wird sich in der ganzen Spiel mit den fünf Mittelfeld-Spielern in front of sie. Und das ist wirklich wichtig, dass sie diesen Lone striker unterstützen, wenn sie die Ball haben. Danke. Enjoy the game. Und der Start-up 11 für Eintracht Frankfurt. Kevin Krap bekommt die Norden goal. David Abraham spielt mit Martin Hinter-Egger in central defence. Und der Taktik-Gill configuration hat zwei Spieler in attack, von der sehr outset. Und das Europa-Left-Gruppe-Stage-Confrontation. Und der Taktik-Gruppe-Stage-Confrontation. Andrei, Andrei. es wird war kassel davidson manne wenn wir jetzt gleich gegen kima reich weil die spieler nicht nach vorne laufen ich verstehe es nicht sonst geht es immer automatisch warum soll ich jetzt hier rufen ich komme nicht durch mit stoß viel zu lang so aus dass sie über das halbwegs da costa Oh man, was soll das? Was soll ich jetzt wieder sagen, was soll ich jetzt wieder passen? Der Ball zu der Opposition in der Zeit. An Attack für eine Promise. Du musst scoren! Und der Goalkeeper hat sich mit diesem Szenen geschenkt. Lass uns mit Alan McAnally, weil ich höre, dass es ein Goal in dem Lazio-Games war. Es ist ein Goal für Lazio. Es wurde von Zero Immobil. Immobil? Hat er gerade Immobil gesagt? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Patient hier. Der Lebensritte. Immerhin. Zurück, was kein Absatz ist. Das war aber knapp. Was ist das? Das war Schock. Ich bin wieder. Ich bin wieder von einem anderen Angeln. Die happy-times sind zurück. Der Trainer ist mehr als erheblich über seine Team-Response. So, ein level contest. 1-1. Not a good pass. And here's André, André. Davidsson. It has to be! It has to be hard. It has to be hard. Look, they come back again. And if you put power on the ball and just lean back slightly, it's gonna rise in that time over the bar. Da Costa. On the scent of something positive. Valais Sacco. John. Sacco with it. Well, there's been a goal elsewhere. Alan McAdally with the latest. It's a goal for the home team. 30 minutes, please. 1-1. Alan McAdally keeping us right up to date. Wonderful tackle. André Silva with it. André Silva with it. Gonzalo Paciencia. Excellent defending. Well, just couldn't keep the ball. Well, just couldn't keep the ball. André Silva. No one in there. Teammate in support. Borde. That sounds a wrong position. André Silva. Textbook defending inside the box. Well, there's a chance here perhaps to invigorate their aerial targets. Not really the ideal clearance. Dangerous looking attack. He's got the score! This was great. Silver! Das sah zwar übel zu weird aus, aber es ist ein Tor, geil. Boah, so gefällt es mir jetzt schon mal. War das eine schnelle Situation? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Das war eigentlich eine ganz schnelle Situation, weil ich noch ein bisschen ausgespielt habe. Es war stark, stark. Er hat mich so ein richtig, das ist so richtig, äh, Frankfurt in echt, ey. Erstmal hier 1-0 oder 2-0 zurücklegen und dann alles aufholen. Das ist wie im Höhen. Wie lustig. Ja, zumindest in letzter Zeit, das ist ja so. Zum Beispiel gestern gegen... ...härter. You gotta take control, you gotta take responsibility yourself. Make something happen in this game. Moving the ball nicely. They must finish! And the goalkeeper, as you would expect, once again doing his job. Yeah, pass it, his job, get behind the ball and save it. Oh, der ist ein bisschen langsam. Die Schnelligkeit ist das einzige, was mich aufregt in dem Team. Aber ansonsten die Abschluss und so weiter, das gefällt mir alles. Wenn Dost nicht in der Start der 5 ist. Ich glaube, wenn ich selber spiele, tue ich Dost gleich raus. Und tue ich gleich patient hier rein, weil das ist besser. Dost... Nicht... Pff... Viel zu langsam... Oh, der koste. Ja, das schafft es. Doch, vielleicht... Nee. Oh, komm, die Täger, was ist das? Oh, komm, die Täger, weißt du, ist es hinterher? Die Täger? Ja. Oh, komm, die Täger. Oh, komm. Du, komm, die Täger. Ok weiter so, das war gut, das war gut bisher Superb defensive judgment to end the attack Reddit magnificently and intercepted Effective challenge I believe there's been a goal in one of the other matches Alan McAdally It's a third goal for the visitors 49 minutes clear, 3-0 Regular updates from Alan McAdally along the way Fuck Conto I think most fans would be pretty happy with this man who played so far Fuck, ey, what's wrong with this dude? But he looked very, very lively as well Gliding through the gears Davidson He read the situation defensively and did his job Not a good pass Is it going to end up being productive for them? Looks promising, miss And offside it is Substitution time it is And a lot to look forward to on the live action front here on EA TV and we have more live Bundesliga action for you Okay, fuck Fuck Man Ich hätte das eben so gut aufgebaut, dass ich das jetzt nicht mehr schaffen will also es ist also Zeit da aber guckt euch mal hier die Abschlüsse man schau das ist es an es ist so ein Kimah-Reich kann gegen uns gewinnen das war so unnötig von Fernandes und ist feiert auf der Körner das war schon besser all that convincing defensively I'm hearing that there's been a goal in one of the other matches who is it for Alan McAdally it's a second goal for the visitors 67 minutes clean 2-0 thanks as ever for the update Alan David running towards goal just had to keep his concentration to the maximum and he did a chance to nudge in front Oh mein Gott, gut, das ist ein Mann. Oh mein Gott. What the fuck? Man, für 19 war es so viel einfacher mit Jovic im Sturm. Jovic und Revic. Oh mein Gott, das war viel besser. Aber er hat Team-Mates, die es auch spielen. Leo Bonatini. Und er hat Headway gemacht. Still alive. I don't know what, er wird er über ihn selbst sein, given die Position, die er in der Liga war. Ja, er hat es wirklich gut gearbeitet. Er hat in der Position, um zu scoren, und er hat nicht wirklich advantage auf das. Ich mache das mal Defensive Füchern. Das wird sich aber großartig auch für einen Offensivwechsel machen. Das wird sich aber großartig auch für einen Offensivwechsel machen. Ah, ist Dost zur Verfügung. Boah, nee. Da habe ich vielleicht lieber Kamala rein gleich. Ich mache jetzt. Ich mache ich jetzt sogar. Dost bringt nichts. Jetzt wird es. Oh. oh mein gott was war das jetzt für ein patzer ok europa die können sich qualifizieren wenn es so weiter geht wenn ich so voll so fetzig ich habe das mann Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. So, jetzt schnell. Na, ne. Wir können einfach nicht mehr gehen. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Junge, wir gehen von 2-1 in dieser Lage, äh, hier, Frottei weg. Ja, schön blühen hier. Das war Pech. Ja, schön blühen hier. Super, ich würde gegen Werner Bremen schaffen, wir es zu gewinnen. Ja, schön blühen hier. Und irgendeiner ist jetzt verletzt. Hinterge. Leidsten zerren, 7 Tage, na ok, 7 Tage ist es nur. Ah, Bayer Leverkusen als Spiel war. Ne. Schon wieder keine Pressekonferenz, ich weiß nicht warum. Jetzt vielleicht? Ne. Ich möchte einfach nicht. So dorst, verpiss dich. Ah, das war ich ja sowieso einer. Moment, 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 Moment. Und, muss ich immer wechseln zwischen den beiden. Oh ja, das war's jetzt erstmal. So, soll ich jetzt Abraham spielen, das? Oh nein. So. So, jetzt haben wir's. Oh, mein Gott. Ich hoffe nichts. Beyer Leverkusen. Danke, Derek. All the talking is done. Time now to put the coaches' plans into action. Let's hope both teams really have a go at each other from the start of this match. It should be a cracker. And the starting eleven for Eintracht Frankfurt. Kevin Trapp starts in goal. Sebastian Rohde plays with Filip Kostic on the flanks. And the story and attack is one of a strike partnership. And so the Bayern Leverkusen team looks like this. Well, as a team, they do have their stylistic preference. And it really is all about trying to put the opposition under pressure, making sure that they don't compose themselves. Lee, do you expect to see more of that in this game? Yeah, pretty much. They love to press high, don't they? It's their preferred style of play. Winning the ball high up the pitch. It certainly benefits their strikers. They're very good at it. So, let's go. So, let's move on. Not really. Especially not in this state. Ja, der Pizze ist ja gut an. ich bin jetzt einmal ein dicker ein das war schon letztes muss ich bitte direkt hier das war dann gegen das gegen leipzig gegen leipzig und dicker der zu rot der kann hier schlafen und wenn sie wieder macht ein siebter Ja, wohl. Sieben Tore in der Bundesliga, das ist der Einzige, dem man vertrauen kann in dem Sturm. Sie können die hohen Positionen profitieren. Sie können die hohen Positionen profitieren. Sie können die hohen Positionen profitieren. Aranguiz? Baumgartlinger? F**k, ich habe mich wieder kurz herausgerissen. Ach, das geht weiter. Oh mein Gott, Alter. steht wieder keiner da die man zu spielen können und jetzt bei patienter wieder jetzt sage ich eine andere weil sie niemand stand wie geht es das steht da drin Manni ja und er ist schon wieder drin ja er ist wieder drin ja ich bin gleich der Stream es ist unnötig es ist unnötig wirklich es ist unnötig hier noch weiter zu streamen wenn tief einfach so gescriptet ist Junge auch immer hier ist Silber noch da hier kommen weiter weiter ökere Eure und kein Wunder er geht auch der die sehr we eine Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war jetzt wieder kein Folge, merke ich das Das steht auf uns auf einer, danke Dankeschön Oh Mann, ey The fuck Und Kai Havertz Die gehen schon wieder weg Oh Mann, gott er Ich kann nicht mehr Komm ich eh nicht gleich durch Ich will Ich frage was wir jetzt nicht langsam Guck Oder weil die Pässe irgendwie nicht ankommen Ich bin jetzt dumm dafür sind Oh mein Gott, Alter Wie soll es dann gleich gegen Bayern aussehen? Aber hauptsächlich gewinnen gegen Dortmund Ich verstehe dieses Spiel nicht mehr Ich verstehe dieses Spiel nicht mehr Komm Silber, jetzt hole ich es zurück hier wieder Oh mein Gott Oh Mann Oh mein Gott Oh mein Gott Kostic, der kann keine Abschlüsse irgendwie. Ich gebe Dost mal eine Chance, was ich auch voll vergessen habe, ist, ich kann ja hier, ja, ist besser. Das ist Kai Linschke sich gut. Ja, moin. Das ist Kai Linschke. Oh mein Gott. Kommt das, zeig mal, so kannst du auch, wenn du nichts kannst, aber trotzdem, zeig es. Der weiß trotzdem, das ist scheiße, Alter. In real weiß ich nicht, wie er spielt, aber auf jeden Fall in Tief, also scheiße. Ja, aber es ist zu gefährlich von ihr, wenn du sie taktestes Volk aus mir. Und der Referee ist gut, zu Bukimani. Und jetzt haben wir ein Goal. Oh, nur auf dem Topf mit einem schön gespielt. Mal kurz das Doppelwechsel machen. Ähm. Mal mal Garzinovic rein. Bissin offensiver, ne? Obwohl der ist nicht so offensiv. Mal nach Kamala rein. Zwei offensive Wechsel hier. Das brauch ich gar nicht mehr. Oder komm. Oh mein Gott, geil. Mann, genau, ne? Bei mir. Das passt für's. Das passt. Alle, also in dem Laufen, Leiper. Er ist die Momente. Und das ist ein Stad. Drei. Oh mein Gott. Wir lassen. Und die Donn killig, nicht. Wir lassen. Warte. 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 10 minutes left for play in this match and now Zielinski and here's Belarabi he has plenty of support and the cross into the middle not messing around without clearance Zielinski top notch tackle the goal the players have responded fail to keep hold of it clear the way and he's broken free it's good to be and come to the end was war das jetzt schon wieder jetzt muss ich zuschlagen hey what the fuck die soll zu dost ich spiel so es kommt doch das spiel so es kommt doch ich spiel so es kommt doch oh mein gottes spiel so es kommt doch das spiel so es kommt doch nicht mehr feierlich vielen dank dass sie kurz nach spielende zu einem kommentar bereit sind das ist der alte die heute mit gespielt hat das ist doch nicht mehr feierlich schellow moin moin danke für dieses geschehen ich bin dafür hier aber ich denke ich habe einen einsatz verdient ich habe dich doch eben eingewechselt ich denke mal darüber nach ach man das comeback war zwar geil aber das war trotzdem ohne diese vier tore da zu kassieren das war und zwar unterscheiden müssen wir wirklich so gas ging start durch das kommt raus weil es mir viel zu langsam dann spiele ich meine patience hier kann man rotieren mal ein bisschen wenn die spieler es heute wollen ich möchte schon doppelsturm haben eine komische hinterher ist wieder perfekt und spiel noch mal stark was selber junge kommen kostet ich mache hier in der leingang gleich mit zimmer stark die beiden werden aber noch eine konkurrenzion naja hier ist selber ist wirklich der einzige hier was macht in dem team her sonst ist keiner was kann derc ray im join für commentary by the former arsenal and england defender lee dickson und we've got europa league group stage action coming up for you it is standard liege facing eintracht frankfurt ja derrick thanks you can't really go on and win tournaments unless you're consistent in the group stages very important you don't drop points looking forward to this one ja 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 das war ja 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 Der Streicher, Derrick. Die Width kommt von den Winger, die hoch und hoch bleiben. Ein sehr langer midfieler und ein konventionell Backfall. So, wir haben zwei Spiele verloren. Das heißt, wir müssen uns jetzt echt kurz zu hier sehen. Aber das klappt eigentlich nicht. Die Konfrontation commences. Well, great read there to intercept. He continues his run. Really good reading of the game to win possession back. Well, Lee, what type of approach can we expect from the hosts? Well, they are a team, Derrick, that likes to get bodies behind the ball. But that can be dangerous in itself. Inviting pressure on, sitting too deep. We'll have to see if they get punished for that today. Well, the travelling fans will be hoping for a much better performance tonight. You'd expect that they might bounce back after what can only be described as a disappointing showing. so far in the group stage. And he takes on the shots. Oh, my God. Leifis. And let's join Alan McAnally, because I believe there's been a goal in the Rennes game. Alan? It's a goal for Stade René. Seven minutes played, 1-0. Regular updates from Alan McAnally along the way. Let's just clarify the injury situation. Our man on the side of the pitch is Jeff Shreves. Looks like a twisted knee from down here. You can just see him trying out. But at the moment, he's carrying on. Cheers, Jeff. Well, he was just a fraction offside then. That's all he needs to be, a fraction. And it was so close. So a throw in here. Well, you can probably see why we're focusing on this fellow as one to watch. Lee, in particular, what do you expect to see from his game? Well, a hat-trick in his last game. Defenders beware. Concentrate on your job. They will take great pleasure in stopping the goal machine. Wonderful chance! I don't think that's the cost of running out of time. He's supposed to play the goalkeeper in the end, wasn't it? Yeah, poor technique really and the goalkeeper is not troubled. Well, let's get details of a goal that's been scored in one of the other games from Alan McAnally. I don't have a left-spieler in the end. Right, that's what you're saying. I don't know, as far as I can. Fuck. Oh mein Gott geil, der kann doch was passieren, der kann doch noch Tore schießen, brauch ich noch nicht auszuwechseln, aber es war echt unerwartet, dieses Tor. Well, let's have another view of that goal, well, just look at the reactions on the touchline, they just need to keep their composing out, this is far from over. Ich frage euch schon, wie viel Silber eigentlich in der Bundesliga-Mittlung, äh, Tore hatte wohl in den nächsten Jahren, ach, neun hatte er, neun hatte er, ich glaub, ich wollte einfach schauen, ob er Top-Score ist, das wollte ich sagen. Ich hätte schon neun Tore, Alter. Ich habe noch Rebic, und dann ist das weg von Finstern, aber es wäre, ne, aber ich bin schon wieder Winterkampf. Komm, da kostet er noch der 2. Kommt ja nicht so richtig durch. Ey, Mann, die sind noch mal die vier Bessere in der Verteilung, oder? So ein Standard Lüttich, klar. Kennt man doch. Will he finish? Oh, that's fine goalkeeping, real concentration. And he's fired over the corner. Oh, he's missed it. Oh, goal behind Derek, and he's missed, it's a big miss. Der ist heute eigentlich an Kostic, der Ball. Was zu kostet. Hey, Mann, Alter. Silver, Mann, der spielt heute richtig gut. Der kommt nicht zum Abschluss. Boah, der reingang. Die Zugang zu Die ziehe. Oh, das ist so gut. Ja, das war wirklich schön zu sehen, ob der Absatz ist. Ja, aber auch der Kuss. die täger verkürzt ich danke dafür würde die bälle hier als ich verstehe es gerade nicht soweit spieler ist die einzelnen vor der einzelnen vorte der war eigentlich in die andere richtung ich verstehe dieses spiel gerade nicht wie gescriptet das ist es 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 ist ein 3er Goal für Getafe. 50 Minutes, please. 3-0. Cheers again, Alan. Aber nach dem fantastischen Effort, es ist aus für ein Throw-In. Und Platz für den Cross. Thump's clear. André Silva mit es. Well, this man will get most of the plaudits for his contribution up to this point lead. Well, Derek, he certainly was a good 45 Minutes from the lad, obviously got the goal to give him the lead, but he's looked very, very lively as well. Alan Zagowev. Well, it might well be scoped for them to counterattack here. And they'll regard that as a very disappointing end to the move. Nein. Nein. This flag was already so funny from the top. Much for you to look forward to here on EATV. It's Eintracht Frankfurt facing Borussia Mönchengladbach. Yeah, that looks a great matchup, doesn't it? Looking forward to some fast-flowing football there. Meggi Carcela Gonzalez. And a throw-in forthcoming. They will now make use of the sub-fug's base. They will now make use of a goal coming through from the match being played at the Estadio Ramon Sanchez-Pituan. Alan McAdally. It's a third goal for Sevilla. It's been scored by Iver Vanega. The defender went with the other runner and left him all alone from the ball through to hit it into the bottom corner. 60 Minutes played. 3-1. Alan McAdally keeping us right up to date. Dominic Corr. It did appear that they might be on to something, but not so. Well, real difficulty keeping the ball. Real chance. Kostich kommt. Oh mein Gott, geil. Geht doch. Well, just look at this, they all back off him and he takes the advantage. He goes through one, two, three. In the end, it's a wonderful solo goal. 45 Minutes haben wir. Oh, wir haben die 64. Okay, komm, dann mach ich die weg. Oh mein Gott. Ich werd den gerade malen und dann ist es weg. Am meisten so, Moment. Das war so ein Doppelwechsel draus und mach mal ein bisschen defensiver jetzt. Mach mal ein dicker rein. Und er wird sich doch hier safe sein, seine Rote hier wieder. Der wird auch safe sein, seine Rote hier wieder. Felipe Nicolas Salinati. Soutly defending, um die Ball zurückzahlen. Und jemand hat den net in einer der anderen Spiels. Hier ist Alan McAdally, und sag uns mehr. Es ist ein Goal für die Home-Team. 67 Minutes play. 1-1. Und es schlitt durch. Schön. Oh, es wäre in einer decenten Position da, aber offside. Oh, was eine Waste-Opportunity das ist. Äh. Ohh. Äh. Oh..." Äh. 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 20er Spieler warten in der Mitte und verletzt mit diesen keine realen Werte von der Cross Felipe Nicolas Savanati jetzt kommen wir nach den letzten 20 Minuten hier Die Visite ist eine Strudelung mit Possession es muss sein sein und das ist eine wilde, wilde attempt nach diesem Effekt, ich bin nicht sicher die WTF? Was ist mit Silber los heute? Die Silber irgendwie ganz komisch weiß ich das ist die 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 sie die kompatienz was Was? Ach je. Der war auch drauf, wie hat er doch... Hatte der Torhüter Glück, oder? Foul. Foul. Bestimmt, einen Wechsel habe ich ja noch. Und ich mach mal Dost drin. Warum nicht? Passt jetzt, er kann nicht mehr, und dann Dost. Hatte Spiel immer mal ein bisschen defensiver. Das wird gleich super in jeden Fall passen. Der Torhüter wird, der Torhüter ist auf der Ball. Er hat einen Bezug auf den Ball. Und Simeiroz auf die Ball. Und auf der Basis von der Effort, das ist sicherlich, er ist nicht mit den Schmerzen zu tun. Es war ein starkes Effort. Er hat seine Läser genommen, aber er hat es auf der Fall. Der Torhüter hat ihn auf den Ball gehalten. Der Elektronik-Bord hat sich gehalten. zwei weitere Minuten hier. Andres Silva. ok doch ein spiel nicht mal gewonnen das Mann hat uns viele Reisens zu dweilen auf seine Leistung das Abend war eine wirklich gute Leistung von dem Mann und ein Goal zu Bouten wirklich delighted mit dem Goal, ich bin sicher So, let's go to the front of you. So, let's go to the front of you. 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 Oh man. Let's go to the front of you. 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 Hier ist der initial 11 für Mainz. Ein 4-4-2, aber mit einem Diamond League. Ja, es gibt vier Spieler im Midfield, aber wirklich nur drei. Die zwei langen Spieler werden weit weg und helfen die voll-Backs. Es gibt einen nur in fronten der vier, aber der Nummer 10, der etwas advanced ist, er wird die Unterstützung für die Strikers geben. Okay, let's go. What a shocking pass, really. And that was a very fine read. The high pressure was on, and the chance is on. Danger averted for now. And that's an important intervention. And they will be awarded a free kick for that. That's what I'm sure. Order now. Gonzalo Paciencia. Jean-Paul Boetius. Oh, it's going on you. Well, he has to be regarded always as a dangerous opponent. But what should we expect to see from him in this game, Lee? Well, he's got amazing finishing ability. And when a player's got that, it means you have to go that extra yard tighter. And when you do that, you leave space behind you. So he puts the defender in two minds. I'm hearing that there's been a goal in one of the other matches. Who is it for? Alan McInerney. It's a goal for the visitors. Seven minutes played. 1-0. Thanks, Alan. Oh, he just needs to keep a cool head. Just drifted into the illegal position. Offside, in the opinion of the officials. Gilson Fernandez. Gonzalo Paciencia. Couldn't hang on to it. Can they take the lead? Oh, he's got to throw it away from the goalkeeper, was it? No, but he picked up the flight nice and early. A foul, but advantage played. Well, they've lost possession of the ball. And do they mean visitors on this occasion? Almost going to be the goalkeeper's ball. Oh, no. 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 It's with Aron Martin. Roethius. Oh, man, ey. Das ist schon wieder so typisch. Das ist ja irgendwie doch durchkommen. Das ist schon wieder so typisch FIFA. Alles gescriptet, Junge. The match is restarted. 1-0 here. They've regained possession. And let's join Aron McAdally now, because I'm hearing there's been a goal in the Borussia Dortmund game. Alan, it's a goal for Borussia Dortmund. And he's made headway. Well, they would have been in a decent possession there, but offside. Oh, what a wasted opportunity that is. There's Danny DaCosta. And he has been ruled offside here. Can't have been by an awful lot. Oh, I'm not so sure, but the Lions has got a better view than I have. And we had to interrupt Aaron McAdally just then. Apologies for that. Just to confirm, Dortmund did score in that match. And they now hold a 1-0 lead. He's got to score. And a chance to have a mix. And they've done it to square the game once again. Exhilarating. Well, here's a replay. I never liked rebound goals off goalkeepers. The defenders should be there. Probably would have been my fault. On that occasion, his defenders went missing. A chance to revisit the goal. Yes, a show of emotion. And why not? They're back in this. Game on. Well, the earlier goal cancelled out. One apiece. A news coming through of a goal on the Jan Hagensburg match. Alan McAdally. It's a goal for the home team. 25 minutes, please. 1-0. Cheers again, Alan. He has teammates to play at two. Gonzalo Paciencia. Unable to keep the ball that time. Into the advanced position. And that's an important intervention. And that's an important intervention. And that's an important intervention. And now they have the ball again. And now they have the ball again. Wonderful challenge. And a throw-in coming up. Es ist so lächerlich. Dieses Spiel ist so lächerlich. Es raubt mir noch den letzten der vier. Natürlich. Unders Denver. Besides. Undersinba. In possession. Lost. Intercepted. Paciencia. It's going to be disappointed with that pass. noch stark was soll das jetzt schon wieder weil die nicht nach hinten kommen das soll das doch nicht und das ist und der Referee hat auf 2 Minuten zu stoppage Zeit und Maxime mit es die Counter-Chance sieht sehr real und der Counter-Attack kam zu nichts Options in der Mitte das ist ein Effektiv-Cross und der die ich die 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist unmöglich, hier durchzukommen. Es ist unmöglich, wenn ich jetzt am Mainz mit dir schildern werde ich auch nicht. Es ist unmöglich, das ist unmöglich. Es ist unmöglich, das ist unmöglich, das ist unmöglich. Ich bin defensiv so krass, warum bin ich nicht offensiv so krass? Ach, richtig, weil hier niemand irgendwas reißt gerade. Ich weiß nicht, was Silber kriegt es gerade hin. Das war richtig unnötig von dir passiert hier. Ich bin defensiv so krass. 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 Mit Durst, kann ich nicht mehr was zu kriegen. jetzt. Mann, das ist doch schon wieder so typisch. Die laufen einfach weiter, obwohl die einen Ball zugespielt bekommen. Oh mein Gott, Alter. Es ist doch schon wieder so typisch, so typisch FIFA, es ist kein, kein Spiel, in keinem Spiel kann ich Spaß haben. Nicht mal ein Lüttel-Spiel konnte ich Spaß haben. Auch wenn ich da 2-0 gewonnen habe. In keinem einzigen Spiel darf ich viel Spaß haben. Ja, es ist doch wieder, das nächste Tor, ja. What the fuck? Das ist doch noch nicht. So the current scoreline, 4-2. They've given it away. He's managed to lose his marker. Top-notch tackle. Intense pressure. And just the one minute left in normal time here. Robin Quaisson in full control of the ball here. Yeah. Yeah. Well, let's see about the cross. Well, the clearance, half-hearted. Pretty comfortable piece of defending. Well, the fans are not happy and who would blame them. Shocking performance so far. Let their standards slip, I'm afraid. All pass. Ich bin nicht gefreut. Weil ich auch nicht. Well, you have to say, it was a good performance today, Derek. They were certainly tested at times, but they've come through that. And we'll have to fancy their chances in the next round. Das ist doch... Das ist doch lächerlich. Das ist doch wieder FIFA, Junge. Das ist wieder FIFA. Typisch. Gut, das wird nice. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Vielen Dank für diese... So, an der Stelle beende ich jetzt den Stream那我們 zuerst und in der nächste Mal vin wieder haut rein und ciao. Dann muss ich auch noch speichern hier. So, ciao.